Die Veränderungsdynamik im Bildungssystem ist im Schneckentempo. Natürlich zelebrieren Lehrstuhlinhaber und Dekane ihre hohe Statusorientierung, indem sie eine hohe Selektivität anlegen bei denen, die bei ihnen studieren. Zweitens ist mit dieser Selektivität ja immer auch eine Qualitätsdebatte verknüpft. Sie sehen es ja beispielsweise an der Frage, sind ausländische Abschlüsse so viel wert wie deutsche Abschlüsse? Ich glaube, es hat jetzt 15 Jahre gebraucht, bis es zu Anerkennungen gekommen ist, die übrigens erst in sechs von 16 Bundesländern umgesetzt worden sind durch entsprechende Länderverordnungen. Das heißt, über das Thema hohe deutsche Qualität wird der eigene Status abgesichert und man hält sich sozusagen in einem elitären Raum derer, die man definiert hat, als Qualitätsbesitzende. Wir haben im Grunde sogar eine Verstärkung von Selektivität. Man sieht es in den Metropolen dieses Landes, wo der deutsche Bildungsbürger wohnt, wo die deutsche Arbeiterschaft wohnt und man kennt die Migranten und Hartz-IV-Viertel. Die Kinderkrippen sind dementsprechend ebenso sortiert und die Schulen auch. Übrigens ein Phänomen, das man in den USA zu Zeiten der Apartheid und Jahre danach, übrigens bis heute in Teilen, ebenso hat. Da sozusagen Selektivität nicht nur ein Thema des Bildungssystems ist, sondern auch Selektivität oder Klassendifferenzierung ist Teil des ganz normalen Verhaltens sogenannter gehobener Schichten, niedrigeren Schichten gegenüber. Das geht dann rein in die Frage Privatschulen, Nachhilfeunterricht und vieles andere mehr, das man sich leisten kann, wenn man mehr Geld hat. Und damit wird durch das Alltagshandeln natürlich diese systemische Diskriminierung noch signifikant verstärkt. Ich glaube, dass das hier an vielen Punkten, es gibt im Grunde auch unsere Geschichte eine Rolle spielt. Das Thema Ausgrenzung oder das Thema deutsche Rasse oder das Thema imperialer Anspruch oder das Thema deutsche Qualität ist ja ein Thema, das sozusagen auch über Generationen, von Generation zu Generation vererbt wird. Übrigens wie klassische Rollenstereotype, was ein Mann und was eine Frau zu tun hat. Und da haben wir ja eine außerordentlich düstere Vergangenheit. Und jetzt bin ich hier bei Gott nicht ein Kollektivdiagnostiker, aber ich habe natürlich auch die Adenauerjahre erlebt und die Sechziger erlebt und die Versuche sozusagen Geschichte besprechbar zu machen, einen gesellschaftlichen Diskurs zu entfalten, der ja aber eigentlich mittendrin stecken geblieben ist. Insofern tradiert sich heute, tradiert sich eigentlich noch in vielem, tradieren sich sozusagen historische Muster, wie wir Auslese betreiben, wie wir uns selber definieren, wie wir Rollen definieren, wer drin ist und wer draußen ist. Die Geschichte der Gastarbeiter ist eigentlich fast musterähnlich zu der Geschichte, die heute insbesondere im niedrigqualifizierten Bereich die vielen hunderttausende Migranten erleben. Die Geschichte der Gastarbeiter ist eigentlich fast nicht so weit in der Geschichte. Vielen Dank.